Weil regelmäßig der Mandalorian schaut, hat sich sicher auch schon des Öfteren gefragt, weshalb eigentlich die Rüstung von Mando unglaublich viele Schüsse und sogar Lichtschwertschläge ohne Kratzer übersteht und die so anderen Mandalorianer, die ebenfalls eine Beskar-Rüstung tragen und die wir aus Star Wars The Cloners und Star Wars Rebels kannten, nicht einmal einen Blasterschuss überlebten. Die Antwort auf diese Frage liefere ich euch in dem heutigen Video. Für weitere Star Wars Videos dürft ihr natürlich gerne diesen Kanal abonnieren und das Video bewerten. Die Rüstung von Mando besteht aus purem Beskar, was für diese Zeit unglaublich selten war. Denn als das Imperium die Herrschaft über Mandalorian übernahm, regierten sie automatisch auch den Handel von Metallen wie unter anderem Beskar, weswegen es quasi unmöglich war, eine Rüstung aus gutem Beskar zu fertigen. Daraus resultierte sich, dass die meisten Mandalorianer eine Rüstung aus Metall und einem ganz geringen Beskar-Anteil hatten. Sabine Wren gehörte zum Beispiel zu den Mandalorianerinnen, die eine Beskar-Rüstung aus purem Beskar besaß, weshalb sie auch zwei Blastersschüsse in Star Wars Rebels ohne Probleme überstand. Denn Sabines Rüstung war hunderte Jahre lang in den Händen ihrer Familie, also auch zu Zeiten, in denen jeder Mandalorianer eine richtige Beskar-Rüstung hatte. Zusammenfassend kann man also sagen, weil das Imperium Mandalore übernahm, waren die Rüstungen der Mandalorianer fast nie mehr aus purem Beskar. Aber das war's auch schon mit diesem sehr kurzen Video. Wenn ihr noch weitere Fragen zu The Mandalorian offen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare und ich werde womöglich ein Video darüber machen.